Ich war noch nicht so glücklich. Wir waren gestern Autofluftspiel und dafür sind wir extra raus nach Brandenburg gefahren zu einem random Typen, der uns auf unserem Discord-Server geschrieben hat, dass er in seinem Garten ein richtig dickes Spielfeld, ein paar ungebaute Autos und einen gigantischen Ball hat. Und ich bin immer noch nicht drüber hinweggekommen, dass dieser Typ hinter der Kamera einfach immer wieder ungebremst in mein Auto reingebrettert ist. Da hatte ich auch wirklich Bock drauf, weil wir wollten gerade losfahren und du warst mal wieder nicht da, Leo. Und was hast du eigentlich gemacht? Ich bin noch am Frühstücken. Ja, als dann Leo das endlich mal geschafft hatte, zu uns zu kommen, sind wir erstmal ganz viel Autobahn gefahren und Marie fand das irgendwie nicht so cool. Marie, geht's dir schlecht? Ja, Julius. Ey, Julius, was ist denn da geholt? Ein bisschen bloßes Löcher von den Wenzel als Mitbringsel. Jo, und dann haben wir noch was ganz krasses rausgefunden. Äh, wir sind auch auf dem Land. Wir sind jetzt ja bei der Landstraße. Wie ist es? Ja. Gut, dann waren wir auch schon da und haben erstmal den Wenzel begrüßt. Servus. Moin, na? Wir haben euch übrigens noch hier. Du hast Löcher mitgebracht. Oh, Alter! Wir haben gesehen, dass ihr die gerne mögt. Alter, Junge, danke. Bisschen Verpackung. Verpackung. Hier angekommen, haben wir uns zum ersten Mal ein bisschen umgeschaut, bisschen den Hof angeschaut und natürlich auch die Autos. Da hast du aber auch alles abgebaut, am Ausdruck, was man abbauen kann, oder? Nee, da ist alles rangebaut. Digga, auch vorne sind diese Robe noch dran. Boah, der klingt so krass. Junge, mit 13 hab ich mir bei Bobby krass rumgeballert. Und dann fährt er einfach mit irgendwelchen Autos rum, Digga. Find ich schon, ist schon geil, doch. Wir wollen öfter eine Runde fahren, oder sowas. Ich glaub, wir müssen erstmal warm werden. Ich glaub, ich würd auch immer einfach eine Runde rumfahren, oder sowas. Ich bin als Erster, haha. Ich bin gehypt. Ich bin auch gehypt. Jo, dann würd ich sagen, fahren wir ein bisschen mit den Autos hier rum, wa? Ey, das macht wirklich das Spaß. Beim Fahren ist uns jetzt aufgefallen, dass man nicht so richtig griften kann, weil die Handbremseite immer festgestellt ist, wenn man die hochzieht. Deswegen schraube da jetzt noch eine schnelle Schraube durch, damit die immer locker ist. Und dann konntest du auch schon weitergehen. Wir sind gekommen, um Autofußball zu spielen. Es gibt einfach so viele geile Sachen, die man hier machen kann. Aber jetzt ist es Zeit für Rock'n'Roll, ihr Affen. Doch davor gucken wir uns noch einmal ganz kurz die Autos an, denn die hat Wenzel zum Teil optimiert, dass man noch ein bisschen besser damit Autofußball spielen kann. Dann hier zum Beispiel, das ist dann für Autofußball optimiert, da ist eine Stoßstange von hinten verkehrt rum vorne herangeschraubt worden, damit die Kante weiter unten ist, weißt du? Verstehe, damit der Ball nicht so eingeklemmt wird. Du hattest mir sonst noch gerade eben erzählt, dass ihr noch Airbags und sowas alles aufbaut? Ja, also alles, was so, keine Ahnung, unter 20 kmh ist wahrscheinlich geiler, wenn der Airbag nicht auslöst. Wenn es mir gerade noch erzählt hat, dass wir die Reifen noch ein bisschen aufpumpen, genau, drei Bar, die ja nicht so runterrutschen von den Felgen. Okay, das ist der Ball. Das ist der Spielball. Der sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja, das ist original ein Strandball. Und dann haben wir den mit ungefähr 190 Metern Stretchfolio umwickelt, damit er halt stabiler ist. Wie lange hält eigentlich so ein Ball, wenn lieber? Ungefähr so 1,7 Spiele. 1,7 Spiele, wer wollt ihr jetzt nochmal zuerst spielen? Welche Autos werden es? Der und der grüne. Welcher ist der beste? Ich würde sagen, es gibt keinen wirklichen Vorteil, weil der ist kleiner und weniger, aber ein Schaltwagen und der ist größer und nicht so schnell, aber eine Automatik halt. Also ich fahre immer mit dem. Okay, ich würde sagen, ich weiß, was ich nehme. Dann würde ich sagen, genug gelabert, genug getestet und wir spielen einfach mal eine Runde Autofußball. Leo? Ich bin bereit, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Leo, Leo, Leo. Äh, könnt ihr mich runterschieben? Als ob der das jetzt überlebt hat. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich fahre gegen den Ball und der fliegt dann weg. Aber irgendwie bin ich dann auf den Ball gelandet. Ich hätte nicht gedacht, dass er das aushält, ne? So ein aller Strandball. War auf einmal so gefühlt drei Meter in der Luft und konnte halt natürlich nicht mehr runterfallen, weil meine Vorderräder ja in der Luft waren. Da habe ich erst mal schon gedacht, oh, Junge, was ist denn jetzt los? Aber dann hast du mich ja runtergeschoben und dann war alles wieder cool. Nach diesem actionreichen Start geht es dann auch direkt weiter. Leo startet in der Offensive. Julius ergreift direkt die Gegenoffensive, doch Leo ist relativ schnell wieder hinten. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Es geht erst mal viel hin und her. Niemand weiß so richtig, wie man mit dem Ball umgehen soll. Leo schiebt den Ball so halb vor sich her. Irgendwie rollt er dann doch immer wieder zur Seite weg. Das erfordert auf jeden Fall schon einiges an Übungen, das wirklich gut zu machen. Julius geht dann immer wieder in die Gegenoffensive, nachdem Leo den Ball verloren hat. Doch Leo ist immer wieder sofort an Ort und Stelle, um dann dort den Ball wieder zu blockieren. Hier sieht jetzt Julius die Chance, rammt da leicht Leo weg und schiebt den Ball mit einem affen Tempo. Oh, Leo hat den Motor direkt absaufen lassen. Oh, das wird spannend. Ich glaube, Leo kommt da nicht mehr rein. Und da ist dann das noch ein Fall. Und somit steht es schon mal 1 zu 0 für Julius. Leo geht direkt wieder mit der nächsten Offensive in das Spiel rein. Julius blockiert an der Stelle. Rammt dann leicht die Wand dann auf. Uiuiuiui. Was war das denn? Leo, die Tür sah auf jeden Fall besser aus. Wie war das, als die Scheibe eingefahren wurde bei dir? Die Scheibe? Es wurde nicht nur die Scheibe eingefahren, du. Ja, da bin ich wahrscheinlich leicht zu aggressiv gefahren. Ich hatte dann nur noch das Tor und Fokus und wollte den dann einfach irgendwie reinmachen. Komm, was wolle. Da war es dann zu spät und noch rechtzeitig abzuwurmsen. Digga. Hörst du einfach? Ja. Oh, shit. Ja, ich auch. Die Tür sah auf jeden Fall mal anders aus. Menschen machen Fehler. Ja. Julius kam auf mich zugefahren. Auf einmal macht es Wurms. Ich habe den Schaden gar nicht so mitbekommen. Ich dachte, ja, okay, er ist halt wieder in meine Tür reingefahren. Aber dann bin ich ausgestiegen. Und es war alles komplett verbeult. Ich fand es sehr aufregend. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es war schon intensiv. Und Julius konnte berichten, dass man Glasscherben fliegen sehen hat. Schaden ist in den Grenzen geblieben, sage ich mal. Die fahren wenigstens noch alle. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja, und da hat Leo eine super Chance. Schiebt den Ball Richtung Tor. Er rollt leider zur Seite weg. Oh, und jetzt hat Julius eine perfekte Chance, reinzumachen, wenn er von hinten gegen den Ball fährt. Er trifft leider nicht. Leo steht jetzt auch schon wieder in den Ball. Julius sieht nur noch das Tor und gibt Gas. Der Ball ist jetzt zwischen... Oh, 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 oh. Da ist der Ball kaputt. Ja, das war es dann, glaube ich, erst mal. Das ist ein neuer Rekord. Nein, wir haben Rekord gemacht, Leo. Äh, ja. Gut, der erste Ball ist platt. Zum Glück haben wir noch einen zweiten. Und mit dem versuchen jetzt noch einmal Jasmin und Marie Glück. Mit welchen Autos wollt ihr denn fahren? Das, ähm, Automatik. Genau, nicht den Schaltwagen. Da musste man den... Gut, weiter im Automatikwagen geht natürlich nicht. Jetzt fängt erst mal Marie im Automatikwagen an. Nachher wird nochmal gewechselt. Doch wie funktioniert überhaupt so ein Automatikwagen, Marie? Also, das ist ein Automatikwagen. Ja, das ist ein Automatikwagen. Geht der an? Äh, du musst auf die Bremse drücken. Du musst in, ja. Ist die rechts oder links? Die hier, du fährst nur mit einem Fuß. Und dann so rechts. Ist die an? Nein. Was? Hört sich nicht so an. Du musst dir ein bisschen rumdrehen, den Schlüssel. Das hört sich doch gut an. Diese Person wird jetzt gleich den nächsten Ball zerstören. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier alles kaputt machen. Okay, und los! Äh, will man das kurz unterbrechen, oder? Ja, genau, diese Chance sieht natürlich Marie und fährt ganz, ganz langsam und sicher den Ball ins Tor rein. Und somit steht es dann 1 zu 9 für Marie. Gut, die nächste Runde lässt nicht lange auf sich warten. Jetzt gab es einmal einen Autotausch und Jasmin sitzt in dem Automatikwagen und Marie im Schaltwagen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Okay, gut, Marie, im Schaltwagen. Das gefällt mir gar nicht. Marie im Schaltwagen. Was sagst du? Ich werde, glaube ich, 1.000 nachmachen. Okay, gut. Marie startet mit dem direkt mit durchdrehenden Reifen, der direkt fliegt, sie fährt auf den Ball zu Jasmin, ist auch schon beim Ball. Und boom! Oh, das sah gar nicht gut aus. Marie ist hier ziemlich doll in Jasmin's Vorderrad reingetan und man sieht es da auch zwischen. Ich glaube, der ist platt. Ja, das war der Reifen. Gut, und damit ist jetzt das Spiel auch erstmal beendet. Aber was ist da jetzt eigentlich gerade genau passiert? Ich dachte so, okay, gut, jetzt bremsen wir. Auf einmal gibt es so Vollgas. Ich habe Gas und Bremse verwechselt. Also, ja. Das passiert halt so manchmal. Passiert. Ja. Ich war so gar nicht darauf vorbereitet. Ich bin einfach fetten in den Kopf gegen die Decke gestoßen. Ja, okay, Juni, das machen wir nochmal weiter. Dinge können passieren. Doch wie sieht es eigentlich aus? Wer hat jetzt hier das Spiel gewonnen? Jasmin. Was sagst du zu deiner Niederlage? Es gab keine Niederlage. Ich habe ein Tor gemacht. Ja, sie hat auch ein Tor gemacht. 1-1. Stolz. Wirklich? Ganz am Ende, wo du meinen Reifen geschrottet hast. Hm? Ja. Ich würde sagen, es ist krass viel passiert hier. Wir fühlen uns alle ein bisschen schlecht, würde ich sagen, weil wir angekommen sind. Die Tür ist komplett verbeult. Die Schürzen sind vorne alle komplett ab von den Autos. Das eine Auto hat einen Platten, das heißt, es fährt erstmal nicht mehr. Aber was sagst du dazu? War schön. Ja, war schön. Also ich würde auch sagen, es hat krank viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich dankbar. Der Schaden ist in Grenzen geblieben. Also ich hätte fast sogar erwartet, dass vielleicht sogar mehr passiert. Also es fahren jetzt noch alle Autos. Das ist schon mal auch erstaunlich.